Hi, ich bin's, eure Sina. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier zur neuesten Folge von Novitas BKK. Wie geht's? Heute zeige ich euch, wie man einen Beipackzettel faltet. Wir kennen das alle, wir nehmen ihn raus, haben alles Wichtige gelesen. Aber wie bekomme ich den jetzt wieder ordentlich in die Packung zurück? So geht's richtig. Wir nehmen einmal die Vorderseite und legen sie nach unten. Dann müssen wir einmal in der Mitte falten, Vorderseite wieder nach unten, das zweite Mal in der Mitte falten und dann können wir ein drittes Mal in der Mitte falten. Hier nochmal umklappen, wir nehmen unsere Blister und können das ganz einfach drumrum legen. Dann wieder zurück in die Packung und fertig. Bei mir ist der Ren sit Was. Bei mir leider, es ist der Ren sit nr. Aber wenn ihrus da noch einiger Vorteil siellä verheitert, wenn ihr natürlich in der Mitte estásd Natur und noch einiges Picksysteil vor seeds.